hallo meine lieben herzlich willkommen hier ist wieder peter heinrich von easydav.de vorab dieses video findest du in unserem easydav campus ohne werbung und mit online übungen ab sofort stelle ich meine videos immer mit übungen in den campus und zwar auch schon vor der veröffentlichung auf youtube das heißt unsere mitglieder können sich dieses video oder haben sich dieses video bereits angesehen ja und der beste weg in den campus ist immer noch unser kostenloser gedächtnis crashkurs für deutsche grammatik hier wird eingeblendet früher habe ich ihn verkauft jetzt gibt es ihn kostenlos dauerhaft für 0 euro wenn du dich jetzt einträgst und da kannst du schon mal ein bisschen sehen wie es in unserem campus aussieht natürlich sind noch nicht alle funktionen freigeschaltet für dich erst mal nur der crashkurs und in manche kurse kannst du ein bisschen vorab mal ein bisschen reinschauen so jetzt aber zu unserer fragestellung also ein mitglied hat mir über unser nachrichtensystem das war roberta oder roberta hat mir geschrieben mit dem betreff erklärungen zu den übungen ergänze den artikel im korrekten kasus das ist eins unter zahlreichen übungssets in unserem campus sie hat geschrieben hallo peter zunächst einmal herzlichen glückwunsch zu eurer professionalität eure plattform ist wirklich einmalig ja vielen dank und dann möchte ich dich fragen bezüglich der folgenden sätze in übungen ergänze den artikel im korrekten kasus ein satz ein hubschrauber kreist über der stadt und zweiter satz am frühling versucht unser kater oft auf den bäumen vögel zu jagen hier hat roberta beim abschreiben einen fehler gemacht das korrigiere ich gleich mal das muss heißen im frühling das ist ein großes i dann so jetzt kommt ihre frage warum die werden kreisen und jagen obwohl es sich um werben der bewegung handelt keinen akkusativ erfordern weil wir ja hier ein deutsch lernkanal sind möchte ich ich habe jetzt das original vorgelesen aber zumindest diesen satz möchte ich doch korrigieren damit ihr wisst wie man die frage korrekt stellen würde also nach warum muss hier das verb stehen warum erfordern die werden kreisen und jagen obwohl es sich um werben der bewegung handelt keinen akkusativ fragezeichen so wäre der satz korrekt danke im voraus für die aufmerksamkeit und so weiter mit freundlichen grüßen so ich habe dann roberta geantwortet und dann wurde es erst richtig interessant weil sie dann noch mal zurückgeschrieben hat und ich lese gleich noch mal die antwort vor ihre ihre reaktion darauf hallo peter dankeschön für deine antwort aber ich verstehe nicht wo ich falsch mache also was ich falsch mache ja können wir auch gleich korrigieren hier muss stehen was ich falsch mache ich dachte wohin angedeutete aktion also bewegung ich verstand das wo stand für wo steht man während wohin angegeben zu wem oder was zieht man um ja das ist ein bisschen komplex ich habe diese also es geht ja um wechselpräpositionen ja ihr wisst vielleicht schon wechselpräpositionen erfordern den akkusativ wenn man fragen kann wohin und sie erfordern den dativ wenn man fragen kann wo findet etwas statt oder wo passiert etwas und ausführlich erkläre ich das in meinem online buch deutsch mit mnemotechniken das ja auch im campus findet aber ich will das jetzt nicht hier so ausführlich erklären da gibt es übrigens auch eine sehr tolle gedächtnisstütze dazu so ich dachte die richtigen fragen waren also erst mal ich werde jetzt hier nicht das ganze deutsch verbessern das wäre zu viel ich denke wir verstehen worum worum es roberta geht hier präzisiert es hier ist noch einmal wohin fliegt den hubschrauber und wohin versucht die katze die vögel jagen das müsste eigentlich zu jagen heißen wahrscheinlich müsste ich zum ersten nur besser verstehen wann wo oder wohin benutzen sollte genau das erklären wir jetzt noch mal und zwar anhand ihrer beispielsätze ich habe das jetzt alles mal ein bisschen sortiert wir gehen auf meine nächste folie und schauen uns das genauer an also hier sind noch mal meine beiden originalsätze ein hubschrauber kreist über der altstadt und der zweite satz lautet im frühling versucht unser kater oft auf den bäumen vögel zu jagen roberta hat daraus gemacht also sie hat nun eine frage formuliert wohin fliegt den hubschrauber erst mal fällt uns auf aus dem verb kreisen hat sie nun das verb fliegen gemacht wir müssen auch hier das korrigieren weil ihr ja zuguckt und deutsch lernen wollt fliegen schreibt man mit ie also hier muss noch ein e rein wohin fliegt und wer oder was fliegt der hubschrauber das ist der nominativ also hier muss ein er stehen so wäre robertas frage korrekt formuliert wohin fliegt der hubschrauber also sie hat erst mal aus kreisen nun fliegen gemacht und beim zweiten satz im frühling versucht unser kater oft auf den bäumen vögel zu jagen daraus hat sie gemacht unser kater versucht wohin versucht die katze die vögel zu jagen ja da hat sie zwar immer noch jagen verwendet aber nun mit in einem anderen kontext so und diese regel dass du bei auf die frage wohin den akkusativ nach der wechselpräposition verwendest und auf die frage wo verwendest du den dativ mit der wechselpräposition das ist abhängig also die frage ob du nun wo oder wohin fragen musst das problem ob du fragst wo oder wohin ergibt sich aus dem kontext du kannst es nur identifizieren wenn du den kontext korrekt verstehst wohin bedeutet immer eine ortsveränderung von a nach b hier stellen wir die frage wohin ich habe einen ausgangspunkt ich bewege mich und habe ein ziel ich habe mich von a nach b bewegt das ist sehr sehr wichtig und bei der frage wo können wir entweder etwas statisches haben oder eine bewegung die aber nicht zielgerichtet ist also wir können nicht so pauschal sagen dass bei bewegung immer der akkusativ verwendet wird ausschlaggebend ist die zielgerichtete bewegung also bei wo kann ich einmal haben einen ein fester standort ohne bewegung oder ich kann eine bewegung haben aber nicht zielgerichtet sie ist immer noch grundsätzlich am gleichen ort ich kann mich ich kann am gleichen übergeordneten ort bleiben und mich dort bewegen das ist immer noch keine zielgerichtete bewegung und das wollen wir nun mal an unseren beispiel setzen an meinen originalen etwas analysieren ja ein hubschrauber heißt es hier kreist über der altstadt wir können das mal versuchen ein wenig zu zeichnen ich bin kein zeichentalent aber es könnte so aussehen wir haben hier einen bereich da ist die altstadt und der hubschrauber zieht jetzt kreise über der altstadt er bewegt sich über der altstadt und deswegen fragen wir hier wo kreist der hubschrauber und das schreibe ich mal korrekt auf so wo kreist der hubschrauber und auch den zweiten satz schauen wir uns an im frühling versucht unser kater oft auf den bäumen vögel zu jagen hier können wir genauso sagen wir haben versuche jetzt mal einen baum zu zeichnen ja lacht bitte nicht so ein baum in diesem baum sind vögel und der kater geht jetzt klettert hoch in den baum man kann sagen in den baum weil er in der baum krone ist du kannst natürlich auch sagen auf dem baum in dem baum hier würde hier bedeuten im blätterwerk des baumes so in diesem baum befindet sich nun der kater und jagt hier rum und jagt vögel er bleibt aber in dem baum oder wenn es drei bäume sind in den bäumen hat keine zielgerichtete bewegung von a nach b so und nun stellen wir auch hier die korrekte frage wo ich lasse mal jetzt dieses versucht weg damit der satz einfach kürzer wird hier zum aufschreiben wo jagt unser kater vögel so ist der satz korrekt formuliert und wir haben hier beide male wo ich markiere das jetzt droht für den dativ ihr wisst bei mir ist der dativ immer rot und hier im satz in den sätzen haben wir auch jeweils nach der wechselpräposition hier einen dativ und hier einen dativ und diese dinge hier auf und auch über das sind wechselpräpositionen das sind die beiden wechselpräpositionen auf und über so und weil wir hier beide male fragen können wo passiert etwas verwenden sie den dativ jetzt will ich das euch noch ein bisschen besser erklären was hat denn roberta hier aus den sätzen gemacht man kann das schon so machen also sie hat eine andere bedeutung von fliegen verwendet also natürlich kann ich sagen das verb fliegen kann ich mit einer bewegung von a nach b benutzen ich fliege auf die malediven zum beispiel oder ich fliege in die schweiz das ist der akkusativ aber hier hier benutze ich gar nicht das verb fliegen aber ich kann auch sagen ich gebe euch mal andere beispielsätze zum verb fliegen so hier ist wieder das verb fliegen ich kann natürlich sagen das hängt jetzt wirklich vom kontext ab ja über unserem haus fliegt eine drohne und jetzt stelle ich hier natürlich die frage beziehungsweise ich zeichne erstmal naja ein haus so und über unserem haus fliegt nun eine drohne ja egal in welchem muster sie hier fliegt sie fliegt da oben über unserem haus oder ja über unserem haus und deswegen verwenden wir auch hier den dativ und die wechselpräposition über funktioniert hier mit dem dativ weil wir fragen wo fliegt eine drohne wo fliegt eine drohne keine gezielte bewegung von a nach b aber ich kann das gleiche verb auch verwenden und die grammatik sieht hier exakt gleich aus beziehungsweise wir haben hier auch ein subjekt ein prädikat und ein objekt aber diesmal ein präpositionales objekt mit akkusativ und nicht mit dativ obwohl wir genau das gleiche verb verwenden fliegen aber nun habe ich wieder ein haus also ich lese erstmal den satz vor ein storch fliegt über unser haus ich habe nun wieder ein haus schade dass ich das da oben nicht kopieren kann ich kriege noch mal einigermaßen ein schönes hin jetzt haben wir hier ein klapperstorch ein storch und der fliegt einfach über unser haus und hier kann ich dann fragen wohin fliegt der storch natürlich wird er vielleicht nach afrika fliegen aber ich kann auch sagen er fliegt über unser haus so ich habe jetzt ein storch auch in der frage verwendet weil ich es unbestimmt schon im aussagesatz verwendet habe also es hängt immer ab vom kontext ob wirklich eine gezielte bewegung identifiziert werden kann oder ob die bewegung lokal stattfindet es gibt einiger solcher dynamischer werden die man so oder so verwenden kann wir schauen uns noch mal hier robertas beispiel mit dem jagen an natürlich kann ich ohne bewegung ohne eine zielgerichtete bewegung auszudrücken auszudrücken sagen die katze jagt vögel das verb jagen kann ich allerdings auch mit objekt verwenden dass ich irgendwo hin jage zum beispiel die katze nervt mich und ich kann sagen ich kann ich jage die katze aus dem haus das mache ich jetzt mal hier ich jage die katze aus dem haus dieser satz wohin versucht oder die frage wohin versucht die katze zu vögel die vögel zu jagen das ergibt eigentlich keinen sinn die katze möchte nämlich die vögel nicht irgendwo hin jagen sie möchte die vögel einfach jagen und fressen möglicherweise aber hier kann ich sagen ich jage die katze aus dem haus gehe aus dem haus ich jage dich von a nach b von im haus zu nach außerhalb des hauses und hier ergibt die frage dann tatsächlich sind wohin jage ich die katze also dieser satz halten wir fest ist zwar grammatikalisch korrekt er ist aber sinnlos weil er ist sinnlos lassen wir mal so stehen weil eine katze natürlich nicht vögel irgendwo hin jagen würde so ich mache jetzt noch mal ein paar andere beispiele muss ich nicht alles aufschreiben das verb tanzen zum beispiel ist auch ein verb ein dynamisches verb ich kann tanzen wo im club anna tanzt im club ich kann aber auch mich tanzend irgendwo hin bewegen und so kann ich sagen ich tanze zur anderen seite der tanzfläche jetzt ist zu keine wechselpräposition das war ein schlechtes beispiel ich tanze auf die andere seite der tanzfläche auf die andere seite der tanzfläche statt auf der ja ich tanze auf der tanzfläche wo tanze ich auf der tanzfläche aber wohin ich tanze auf die andere seite der tanzfläche ja und so das ergebnis ist dass ich nicht immer sagen kann ein bestimmtes verb verwendet immer die wechselpräposition mit dem akkusativ oder mit dem dativ sondern das verb muss erst im kontext eine spezifische bedeutung bekommen und dann kann ich entscheiden ob nach der wechselpräposition ein dativ oder ein akkusativ folgt das ist das spezielle vielleicht etwas gemeine an wechselpräpositionen man muss wirklich verstehen was man sagt und muss dann die korrekte entscheidung treffen so dazu werde ich in unserem isidav campus nicht werde ich dazu gibt es in unserem isidav campus übungen wo du das ein bisschen trainieren kannst und natürlich kannst du auch nochmal ausführlich dann in meinem online buch deutsch mit nemotechniken dir das anschauen und auch eine wunderbare nemotechnik dazu finden der beste weg dahin ist wenn du dich kostenlos einträgst in unser in unseren gedächtnis crash kurs für deutsche grammatik früher 37 euro mittlerweile kostenlos und dort kannst du schon ein bisschen dir ansehen wieso der campus aussieht wie lebendig das dort ist und von dort aus kannst du auch wirklich sehr sehr günstig volles campus mitglied werden und alle vorzüge genießen wie auch roberta du kannst mir persönlich immer deine fragen schreiben du kannst im ganzen campus überall deine kommentare hinterlassen und kriegst qualifizierte antworten und du findest jede menge material zum deutsch lernen und es wird jede woche mehr material so das war's für heute wenn du selbst noch weitere fragen hast in der hoffnung dass ich ein video dazu mache lass sie hier ruhig in den kommentaren lasst eine frage in den kommentaren ich freue mich über weitere abos vergisst dabei die glocke nicht und natürlich lohnt sich immer ein besuch auf meiner website isidav.de ich freue mich auf dich in unserem campus und bis zum nächsten video tschüss das war peter von isidav.de ich freue mich auf dich in unserem campus und bis zum nächsten video tschüss das war peter von isidav.de